Ich will niemanden da draußen Angst machen, aber wie ihr schon bemerkt habt, ist jeder krank. Ich hab das Gefühl, dass Corona wieder Comeback feiert. Daher wollte ich euch warnen. Und liebe Medien, bitte übertreibt nicht wie letztes Mal mit den fake belegten Betten und der permanenten Angstmacherei, wo wir uns siebenmal impfen müssen, damit wir danach wieder positiv getestet werden. Und die Canics können direkt wieder mit dem Kellerfriseur und Testzentrum-Business anfangen. Aber Real Talk, was ich wirklich nie verstanden hab, warum durften wir ab 21 Uhr eigentlich nicht mehr raus? Hat sich da Corona gedacht, so, jetzt machen wir mal Feierabend? Lass es uns diesmal besser machen, falls es wieder ausbricht. Passt auf euch auf und bleibt gesund.